Hm, das tut gut in der dunklen Jahreszeit. Ja, der Chef hat nämlich extra diese Solarscheinwerfer mit Bräunungsröhren ausgestattet. Toll, oder? Hallo? Na, super, Akku leer. Großartig. Damit euch das nicht passiert an Weihnachten, haben wir für euch ein Solarladegerät fürs Handy. Gibt's heute zu gewinnen im Adventskalender. Also, mitmachen. Ähm, Chef, Licht! Untertitelung des ZDF, 2020